Mein Name ist Stefan Thaler. Ich bin der Geschäftsführer des Thaler Center in Vellbach am Hauptplatz. Ich mache das seit mittlerweile 15 Jahren. Meine Familie betreibt diesen Standort insgesamt seit 202 Jahren und wir sind ein kleines innerstädtisches Einkaufszentrum, ein klassisches Kaufhaus eigentlich. Das Geschäftsfeld insgesamt ist sehr dynamisch geworden, speziell durch den allgemeinen Trend der Digitalisierung, der ja nicht ganz neu ist und der wurde natürlich noch mal verstärkt durch dieses wirklich außergewöhnliche Jahr 2020. Wir sind aber da recht gut aufgestellt. Wir betreiben einige Online-Shops selbst und hatten immer schon seit rund 50 Jahren ein Zustandsservice für unsere Kunden, das natürlich in der Krise und vor allem während des Lockdowns besonders gefragt war. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir mittlerweile wieder offen haben dürfen. Es ist immer schwierig oder es ist extrem schwierig, ein Handelsunternehmen einfach nicht aufsperren zu dürfen. Insofern sind wir schon einmal zufrieden, dass wir überhaupt geöffnet haben dürfen und es läuft ganz gut. Wir versuchen natürlich alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Da sind auch unsere Kunden sehr, sehr verständnisvoll und wir sind verhalten zuversichtlich, würde ich sagen. Und deshalb mein Wunsch an Sie, liebe Kunden, kaufen Sie regional, kaufen Sie auch online, aber konzentrieren Sie sich auf regionale Online-Shops, von denen es in Österreich sehr, sehr viele leistungsfähige gibt.